willkommen zurück zu einem weiteren laber video ihr seht schon im hintergrund mein ja meine meine planungs liste mein upload plan genau darum soll es gehen den hier hatte ich ursprünglich gemacht und ich habe gerade hier aufgenommen zelda und warum habe ich zelda auf genommen wenn hier oben im fun sonntag noch ein to do ist und warum nehme ich heute am 22 9 auf wenn ich erst am 7 10 videos brauche weil ich mir folgendes überlegt habe ich mache doch wieder daily videos das war zwar manchmal ein bisschen stressig aber meistens nur das aktivieren der videos nicht das machen der videos das machen das war normalerweise weniger ein problem und deswegen habe ich hier das zelda mittendrin aufgenommen und ja ihr seht wenn ich noch ein bisschen selda mache und ein fun sonntag dann habe ich bis 9 10 schon mal videos was gut ist weil wie gesagt heute ist der 22 das sind ein paar und auch den kriege ich dann noch hin und ja deswegen freut ich wieder auf tägliche videos ab morgen für euch vermutlich ab heute vermutlich kommt das video am 23 jahr deswegen vermutlich ab heute tägliche videos ich lade jetzt das hier hoch und schalt direkt live deswegen kann ich ankündigen heute fun sonntag ist was ganz spezielles nämlich ich spiele donkey country weiter und auch wenn ich dann safe state aber wir kommen durch den level der mir das letzte mal so richtig probleme bereitet hat ich hatte ja gesagt ich möchte das spiel eigentlich original spielen aber in dem level habe ich dann doch gesagt weil es wäre sonst nicht wirklich gegangen genau und dann eben hier die ganzen anderen videos und an diesem fun sonntag freut euch auf wir rocken wir rocken mit die war ja genau das heißt wer dieses laber video guckt weil es jetzt schon was kommt und wer nicht der hat dann irgendwann das nachsehen wenn es euch gefallen hat lassen daumen nach oben da lasst den linken kommentaren konstruktive schrift da was ihr davon haltet täglich videos vielleicht gibt es ja auch leute die sagen die tägliche videos will ich nicht weil keine zeit zum gucken sagt ruhig unten bescheid wir wir gucken was wir machen und ansonsten wie immer bis zum nächsten mal einen schönen Abend noch und tschüss